Unter Linux Mint hatte ich das Problem, dass immer wenn ich Escape gedrückt habe, das Fenster zugegangen ist. Das ist besonders ärgerlich, wenn wir den Editor WIM nutzen wollen, denn hier drin brauchen wir die Escape-Taste, um den Bearbeitungsmodus zu verlassen. Ich habe sehr viel gegoogelt, habe die Lösung nicht beschrieben gefunden, daher meine Lösung, die ich nach langem Probieren gefunden habe. Start, dann Tastatur, dann hast du hier Tastenkürzel für Anwendungen. Hier war allerdings Escape nicht drin. Ich habe dann quasi einen beliebigen Befehl genommen und habe den dann mit der Escape-Taste verbunden. Anschließend hat er mich gefragt, hey, Escape ist mit Fensterschließen verbunden, willst du es neu verbinden? Dann habe ich gesagt, ja. Dann war das hier in der Liste drin, ich konnte das anklicken, entfernen, schließen und seither geht mit Escape die Anwendung nicht zu. Das ist äußerst praktisch, bin sehr froh drum, denn jetzt kann ich wieder mit WIM arbeiten. Ich bin Lars vom Kanal it-zeug.de, ich freue mich über ein Like, Abos, Kommentare. Schau dir bitte auch das Video an, was du gleich siehst. Wir sehen uns dort, macht gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020